Storridge Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. Storridge Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. Storridge Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. Storridge Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. Storridge Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. fantasisch. Oh mein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.